Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Together Overwatch mit Dommel, Super Elf und Funky Monk, beziehungsweise Kali, beziehungsweise Kali und Maren, oder wie auf immer ihr mich nennen wollt. Nenn mich, wie du willst. Wir konnten uns für unsere Namen nicht entscheiden, okay? Wir mussten die nehmen. Wir mussten. Ich hieß vorher Sumpfelfe, äh, oder Sumpfeule, meine ich. Nein, Sumpfeule. Achso. Wollte ich ändern, bin aus Versehen auf Annehmen gegangen, deswegen heißt es Super Elf. Yay, das kann ich nicht mehr ändern. Topien, auf Tempel des Anubis, das ist mein erstes Topien-Video hier. Echt? Oh, nice. Was für Libara? Wenn es was anderes als Play of the Game wird, dann kommt das nicht raus des Videos, weißt du? Dann ist es peinlich. Ja, dann wird sie gar nicht sehen, also. Wenn ihr dieses Video seht, dann ist es jetzt schon gespoilert, wir haben Play of the Game. Ja, das ist einfach so. Ich hab mich wie mein Emote, was solltet ihr denn an? You have big plans for you. Das zieht Verteidigungspositionen. Nein, ich weiß nicht. Hier ist ein geheimer Spot, nicht verraten. Geheimer Spot? Hier ist er. Oh, okay. Das ist ein nicer. Hm, das ist der beste Emote von Mercy. Wenn die einen Junkie haben, dann... Junkie? Aber wenn die jetzt von Drogenabhängen haben, dann haben die Films sowieso schon verloren. 100 Pro haben die einen Junkie. Oh, da ist ein Genji, der klettert grad hoch. Oh, da ist ein Genji, der klettert grad hoch. Oh, mein Gott. Jetzt machen die einfach 70 Reinhards. Jetzt machen die einfach 70 Reinhards. Was? Das Geschütz wird angegriffen? Du wagst es? Das ist ja unser Reinhard. Unser Reinhard! Mein Geschütz ist richtig gut gegen die. Ich weiß grad gar nicht, wie ich hier heilacht und Reinhard gut. Lalalala. Mein Gott, ich bin so gut wie tot. Wo bist du denn? Also bis dahinten. Ich seh dich, ich seh dich. Oh, das Geschütz wurde gebracht von Torbjörn. Heißt, 300 Leben. Ah. Level 2. Heelt. Das ist cool, ich hab mit dem Sprayer-Kilpstück das nicht zu. Also... Unser Reinhard ist gestorben. Was ist Torbjörn? Die haben aber irgendwo einen Genji, ne? Jaja. Ich hab grad versucht abzukacken. Mercy im Bereitschaftsdienst. Hallo. Hallo. Hält gern ein bisschen Armor. Ist hier noch irgendwo Armor? Vor mir. Ach, da. Hui. Oh, jetzt haben die mehrere Tracer. Oh man, ey. Haben keine Ideen mehr. Heelt. 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 Dueln haben wir getötet. Oh, 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 oh. Come my side. Da sind wir. Ich bleibst mal hier hinten auf den Punkt, ne? Wenn ihr Heeltes braucht, sagt. Alter, das ist ein Tracer. Oh mein Gott, jetzt haben die auch ne Widowmaker. Na, scheiße. Aber drei Tracer. Oh mein Gott. Wieso kann ich die nicht wiederbeleben? Wieso kann ich die nicht wiederbeleben? Ja, ich weiß nicht. Ich hab gerade geult. Wie peinlich. Oh doch, danke schön. Das fand ich. Das ist so Fremdschämen für die Gegner. Weil die immer umkippen, wenn die ulten. Oh, nice. Nice. Oh Gott. Ich will die Tracer mit meiner... Deja vu. Ja, ist wieder reingelaufen. Ey, dieser Scheiß Genji. Ich mach jetzt einfach so. Alter, Scheiß Genji. Jetzt musst du ja unbedingt mich töten. Jetzt wechsle ich. Ich mach jetzt, ähm... Reinhardt. Ne, was mach ich? Ich weiß nicht. Wechsle ich oder Baby of Mercy? Du kannst auf Saria oder so wechsle, wenn du willst. Ja, Saria. Genau. Mach Mütterchen los, Land. Rund um 20 Minuten. Wir ruhen dich. Wir ruhen dich. Klar, sie dich umarmen. Wir ruhen dich. Wir ruhen dich. Wir ruhen dich. Wir ruhen dich. Oh, ich stelle ich mal geschützt in die Ecke. Gott, ich brauche die Hilfe. Das ist zu Barra, ne? Ein Barra ist er. Ja, das ist Lucio. Jo. Rüstung, Rüstung, Rüstung. Bitch, steht da noch? Bitch, ist ja endlich tot hier. Bitch? Bitch? Oh, danke, dass du mir die Rüstung wegnimmst. Ich will, ich will Rüstung, Rüstung. Ich hab keine, keine... Muss warten, bis jemand stirbt, ne? Ja. Hier ist Schwott, warte. Let's move it, we people. Hier hinten, hier hinten, hier hinten, hier. Hinter dir. Hinter dir. Nein, bei der Falle. Merci. Ich sag's dir gar nicht. Ja. Kann ich's sagen. Halt from my side. Was? Achso. Oh nein. Fick dich. Aufpassen. Tracer auf den Punkt. Leute, kommt mal zurück, bitte. Oh! Mein Geschütz macht einfach keinen. Ich bin das erste Mal. Nee, ich bin schon zwei Mal. So stimmt. Ich weiß das kacke. Ey. Sag mal aber nicht. Fick das voll scheiße. I'm just warmed up. Racer ist mega kacke. Na, 60 Sekunden. Äh. Ich hab viel schöneres Outfit als die anderen. Oh. Komm ich vergleiche. Will jemand neigen? Nein. Ich hab, ich hab ein schöneres. Oh, Reiner ist tot. Ich hab Genji getötet. Wuhuu. Ich hab Genji getötet. Echt jetzt. Die wollte echt das da abziehen. Der Speedboost war richtig gut mit mir. Oh nein. Genji ulti von Kabi. Oh, tot. Ist wirklich schon tot. Jetzt haben die auch ne Saraya. Wirklich. Saraya. Wer ist das denn? Saraya. Die, die Russin. So. Ja, ich weiß. Ich weiß auch wie möglich. Oh. Oh. 2 years old. Leg die ein bisschen ab hier. Aaaaah. Was macht der da oben? Der Genji, ey. Ja. Da will ich sie abpacken. Ja. 10 Sekunden. In 3 main name. Tötet ihn. Oh fuck, ich bin abgerutscht. Das ist so easy. Warum sie die ganzen Krantoten vielleicht? Knappt sie euch. Das ist so anstrengend. Ich hab jetzt einen Erfolg freigestandet bis hierhin und nicht weiter. Was? Ja, den hab ich letztens auch gemacht. Achso, bei 0% oder was? Das hatte ich aber schon mal. Oh man. Das war komisch. Was? Ich war nicht play of the game. Ich war nicht okay. Oh. 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 Wow. Wow. Zwei. Zwei Kills hab ich auch. Slow clap. Wow. Wunderbar. So barreckig von mir einen Punkt. Mach's schon wieder mit dem Video. So stumpf immer noch. Bis zum nächsten Mal. Jaaaah. Und vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Tschüssi. Peace. Cheers.